Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wie immer nur die wunderschönsten Menschen der Welt zu sehen. Hi Freunde, ich freue mich, dass ihr da seid. Erst einmal, sorry, ich glaube meine Haare sehen heute ein bisschen weird aus. Ich weiß nicht, was der Frise mit der Schere da gemacht hat, aber es sieht ein bisschen weird aus, oder? Oder geht's? Sieht aus wie immer? Ich weiß es nicht, aber ich bin trotzdem noch einigermaßen zufrieden. Freunde, wir hören uns einen Song an, den ich schon kenne, Alessalai von Elif, der jetzt finally ein Musikvideo bekommen hat. Ich freue mich unglaublich doll drauf. Als Elif mir erzählte, dass es ein Musikvideo zu geben wird, habe ich mich sehr gefreut, weil es mein Lieblingssong ist, vom ganzen Album, Nacht tatsächlich. Und ich weiß schon, dass sie Flügel hat. Als ich das gesehen habe, habe ich mich noch mehr auf das Musikvideo gefreut. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das jetzt komplett aussieht. Ich freue mich wirklich unnormal, dass dieser Song auserwählt wurde, um noch ein Musikvideo zu bekommen. Weil, keine Ahnung, es ist für mich und für viele von meinen Freunden tatsächlich auch, der beste Song vom Album irgendwie, der schönste. Ich würde sagen, es ist der schönste Song vom Album, Freunde. Wir hören rein, falls ihr auch nochmal reinhören wollt. Ich werde euch Amazon und Spotify links in die Beschreibung hauen, supportet. Elif sehr, sehr gerne, würde mich sehr freuen. Wir hören rein bei Alessalai. Let's go. Oh, die Flügel, Mann. Ich gehe ganz kurz. Saskia Krause hat mit dran gearbeitet im Video und... Hat... War Till wieder mit dabei? Nee, Viktor Schanz, okay. Damn. Ich trinke Wodka, Tonic und bete nachts, tanze auf dem Tresen manchmal und dann hebe ich ab. Ich will vom Himmel träumen, mit meinem Freund... Uh, oha. Okay, ich mag erst mal, ich weiß nicht, ob es komplett in schwarz-weiß gehalten wird oder mit dieser Schattenbelichtung. Aber es sieht sehr, sehr gut aus in diesem schwarz-weiß. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Und dann hebe ich ab. Ich will vom Himmel träumen, mit meinem Freund nackt im Bett. Und das am liebsten jeden Tag. Baba, deine Tochter liebt in Sünde. Boah, ey, diese Flügel. Diese Flügel, Mann. In Sünde. Oh, Mann. Gib mal... Ja. Schaut euch das an. Holy shit. Damn. Damn. Und hat dafür gute Gründe. Du weißt, ich hab euch alle lieb, Baba. Vielleicht kommen wir nicht ins gleiche Paradies, Baba. Ich muss wissen, wie das Leben schmeckt. Probiere jeden Dreck. Sag nicht, ich schmeiß mein Leben weg. Ich weiß genau, ich mach auch nicht alles richtig. Doch ich glaube, das ist wichtig. Oh, yeah. Was ist noch erlaubt? Jeder glaubt, was er glaubt. Und ich glaub... Damn. Das Video ist sehr simpel gehalten. Aber das finde ich gar nicht schlecht, dass es passt. Das passt zu keinem Song besser als zu diesem, ein simples Musikvideo, wo man wirklich einfach die Performance hier von Elif wertschätzen kann. Wie sie nach oben guckt. Die Szene mit dem, ähm, mit dem Waschen der Hände fand ich sehr stark. Das, das braucht gar nicht so ein krass heftiges Musikvideo. Da reicht sowas simples, finde ich. Was ist noch erlaubt? Ey, gibt es diese Jacke im Shop? Nein, gibt es nicht. Das ist das Problem. Bring so eine Jacke raus. Ich liebe es, wie sie Helal betont hier. Ich lebe die Hände und ich bete. Damn, das sieht gut aus mit den Flügeln. Ey, ich fühl die Grills auf, muss ich sagen. Die passen irgendwie. Die passen irgendwie. Es ist so ein krasser Kontrast von diesem Outfit zu dem mit den Flügeln, wo sie nach oben in den Himmel guckt. Es ist heftig, finde ich. Mit meinen Girls, will nur high sein und dann im Automok gehören. Es geht mir gut, auch wenn ich morgen noch nicht heirate. Paar Rondevues, nur damit ich nicht vereinsame, kann kein Engel sein. Weil der Teufel diese Welt regiert. Muss mich verschwenden, meine Gäste. Damn, Poster wieder, Jungs. Was soll ich sagen? Ey, haben Leute, haben Rapper Poster in ihre Shops gebracht? Nein, haben sie nicht. Ich habe noch nichts mitbekommen. Macht Poster. Ach, Mann. Das ist meine Lieblings-Lieblingsstelle in den ganzen Song, die jetzt kommt. Achtet drauf. Meine Lieblingsstelle im ganzen Song. Jetzt. So ein schöner Song einfach. So schön. Ich finde das Musikvideo halt echt, es ist natürlich simpel gehalten. Sie hatte eine sehr lange Promophase. Wir haben viele Musikvideos bekommen. Deswegen ist es auch verständlich, dass es jetzt vielleicht ein simpleres Musikvideo zum Abschluss gibt. Aber ich freue mich, wie gesagt, dass es überhaupt was gibt. Und es sieht trotzdem sehr passend aus. Jetzt, finde ich, diese, wie heißt das? Diese, diese Schere? Diesen Spagat. Diesen Spagat zwischen, ähm, den Zähnen mit den Flügeln und den rockigeren Zähnen, sag ich mal, mit den Grills und dieser Lederjacke. Hat sie sehr gut, haben sie sehr gut hinbekommen. Es sieht einfach, es sieht passend aus. Es sieht passend aus. Und es stellt diesen Konflikt sehr gut da, finde ich. Zwischen was darf ich, was darf ich nicht. Was ist, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Was ist elal, was ist nicht elal. Alles ist elal, alles ist elal. Damn. Poster, das ist das Poster. Das ist das Poster für dieses Musikvideo. Poster, Jungs. Macht, macht Poster. Allgemein an alle, ich sag's immer wieder, ich weiß. Aber macht das, bitte. Jeder von euch, so ein hochqualitatives Poster, nicht gefaltet. Schön gerollt, aufgerollt, wie schöner Rollrasen im Fußballstadion. Und dann schön hinhängen, an die Wände. Ich mach irgendwann eine Poster-Tour, Freunde. Ich hab sehr viele Poster. Wer hätte es gedacht? Alles ist elal, alles ist elal. Okay, das ist das Poster. Ich mach alles zurück. Wow, okay, das sieht unglaublich schön aus. Damn. Damn. Oh, guck dir das an, Mann. Warum sind Flügel so fucking ästhetisch? Warum sind Flügel so ästhetisch? Ey, und diese Hose, die über die Schuhe rüber geht. Props auf jeden Fall an Saskia Krause. Die hat sehr, sehr viel... Hey, das danke. Sehr gerne, sehr gerne. Die hat sehr, sehr viel dazu beigetragen an dem Musikvideo. Regie Saskia Krause. Heftig, Mann. Damn. Das war ein schönes Musikvideo. Es war simpel gehalten, aber diese Schwarz-Weiß-Optik, sehr gut. Die Flügel, gerade am Ende sahen so unglaublich ästhetisch aus. Und ich bin einfach glücklich, dass mein Lieblingssong vom Album noch ein Musikvideo bekommen hat, Freunde. Das war echt schön. Wie fandet ihr das, Freunde? Was ist euer Lieblingssong vom Album Nacht? Schreibt es mir in die Kommentare. Es würde mich ehrlich interessieren. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, viele haben alles in der Lalle gar nicht so krass wahrgenommen. Was mich wundert. Ich glaube, auf Spotify hat das im Vergleich zu anderen nicht so viele Streams. Aber bei mir und auch in meiner Freundesgruppe, Grüße an Zülle und Ali, wir lieben diesen Song. Wir leben diesen Song. Der ist wirklich schön, Mann. Gerade wenn man den mit vier, fünf Leuten im Auto hat und alle einfach mitsingt. Es ist ein schönes Gefühl. Deswegen, ja, Mann. Freunde, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall Daumen nach oben da. Checkt das Album Nacht auf Spotify und Amazon ab. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh. So wie immer natürlich. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.